So Freunde, willkommen zum zweiten Tag des Sturmangriff Turniers und bevor ich aber anfange, eben ganz kurz, es hat jemand nach dem Talentweg für Sim gefragt. Ich glaube, Stefan war das, also ich hatte sie, ich kann jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier rauszoomt am PC, ich hatte sie komplett voll einmal und dann kam er Wähler, da habe ich dann wieder zurück gemacht. Für sie bietet sich eigentlich immer dieser Angriffslebensweg an, also praktisch hier, so wie ich gegangen bin, dann wieder hier lang, dann gehen wir am besten hier lang, weil das ist Heilung, das ist jetzt nicht so wichtig. Da gehst du hier lang, dann hier, dann nimmst du wieder einen Angriff, gehst wieder hier hin, guckst wieder wo Angriff ist, gehst also wieder hier lang, dann gehst du hier lang. Defensive und Angriff, ne, Defensive und Angriff ist besser als Leben und Angriff. Und wenn du dann hier bist, dann würde ich, äh, kritisch nicht nehmen, sondern Verteidigung und dann kannst du überlegen, ob du nochmal Mana machen willst. Lohnt sich beim schnellen Helden, ähm, das 4%, die 4% lohnen sich. Das habe ich bei Wähler auch, Wähler braucht nämlich keine 29er Truppe, obwohl sie schnell ist. Und mit dem Mana hier reicht, glaube ich, äh, irgendwas zwischen 20 und 25 oder irgendeine Truppe, keine Ahnung. Jedenfalls, ähm, brauchst du da keine, äh, volle, volle Truppe, volle Mana-Truppe oder 29er, die du normalerweise für schnelle Helden brauchst. Also theoretisch, Ruinen-Talent wäre so eins, das man bis zum Ende machen könnte. Natürlich, äh, 125, 250 ist natürlich eine Menge. Muss man gucken, ob sich das dann lohnt. Wenn sie jetzt in deine Defensive kommen würde, dann, ähm, würde ich schon sagen, ja. Aber du weißt selber, wie schnell und wie effektiv du an Embleme kommst. Wenn du da saß da für 250, da, da brauche ich zwei Jahre für, dann, ähm, lass es sein, dann mach lieber andere weiter. Also immer Angriff und, ähm, Defensive. Wenn sich nicht anders, äh, regeln lässt, dann kann man auch Leben machen. Wobei, da hat sich schon genug, dass, die beiden sollte man hier verstärken. Gut, das dazu. Ähm, Heldenakademie kann ich jetzt gerade nicht zeigen, weil sie ausbaut. Mach ich jetzt die Tage da nochmal ein Video drüber. Ähm, und dann, äh, kann ich da nämlich auch dann die, äh, die Bilder zeigen, die es dazu gibt. Da sieht man dann aufgelistet, äh, was man wo machen kann. Ja, das machen wir bei einem anderen Video. Jetzt machen wir erstmal hier das Turnier. Gucken, was macht die Verteidigung. Ah. 40. Aber wir sind von D auf C. Das ist schon mal nicht schlecht. Müssen wir nur erstmal wieder im Angriff mal gucken, was hier so abgeht. Okay, Telluria. Müssen wir mal angewöhnen, immer mal bei den Allianzen zu gucken, gegen wen man da so kämpft. Ähm, das Team war eigentlich nicht schlecht, meine ich. Ähm. Man könnte natürlich auch Rot nehmen, ne? Aber könnte man auch eigentlich eher wieder nicht. Wegen Wähler. Dann würden wir Grün nehmen. Telluria und Kingston zum Beispiel. Blau fällt weg. Weil Rot müsste ich eigentlich nehmen. Das sind zwei. Also die drei behalte ich. Jetzt nehme ich noch zwei Rote mit. Und zwar nehmen wir jetzt Sim mit. Ne, ich wollte immer zwei Heiler nehmen. Warte mal. Dann nehmen wir. Nehmen Ares mit. Ares und, ähm, Asla. So, Asla regelt. Vor allem wenn Kuhnchen ausgelöst hat und dann Asla kommt, hoffe ich, dass das, äh, ordentlich Zunder gibt. Das können wir so lassen. Meine Nase juckt schon den ganzen Morgen. Also, es kommt gleich auch ein Nieser. Ich merke schon. Auf geht's. Jawohl. Oh, fuck. Glücksbrille. Brauche ich nicht. Ich habe auch so einen roten Diamanten gekriegt. Sag egal. Auch mit, äh, auch ohne Glücksbrille. So. Ares an. Dann geht's los. Warte aber noch. Damit, weil. Will die. Ach, Kuhnchen. Jetzt bist du nicht fertig. Ja gut. So lange kann ich jetzt auch nicht warten. Wir müssen jetzt mal eben hier loslegen. Hosenam muss ich sowieso feuern. Wegen Ornatel. So. Dann, ähm. Nehmen wir jetzt die lila nun. Ja, das passt. Okay. Bis Kuhnchen fertig ist es schon wieder alles vorbei. Jetzt haben wir natürlich den, ähm, undankbarsten Held zum Schluss. Aber, mit Ares läuft. Okay, ja. Der rote Diamant am Anfang, der war natürlich jetzt, äh, Gold wert. Was ist denn hier? Wollen wir die roten behalten? Wollen wir die roten? Ich glaube, der kritische ist gar nicht mal so schlecht. Kritisch, Deathdown und dann, äh, Asla. Ja, komm, versuchen wir es. Haben wir nicht geguckt, wo er ist. Ja. Wo er herkommt. Weiß nicht seine Herkunft. Hier haben wir einen lila Diamanten. Ach, verdammt. Verdammt, verdammt. Wollte ich nicht. Ich geh mal hier rüber. Vielleicht kriegen wir Finley schon weg dadurch. Nee, nicht ganz. Ah je. Warte, was mach ich jetzt? Diamant. Ha! Wir haben Diamanten. Jawoll. Oh, ich war nur bei den, den scheiß Diamanten an der Seite. So, Kuhnchen. Ares. Da komm, Asla. Zeig mal, was du kannst. Okay. Ähm, da machen wir mal Rosena. Panther gibt den Rest dann, wenn da noch was ist. Eigentlich erst Panther, dann Rosena, aber wenn da keine Gefahr mehr besteht, dann kann man da so ein bisschen mal rumspielen. So, Glücksbrille läuft noch. Misani. Heißig neugieriger. Das sind 18. Das ist aber nicht richtig. Ähm, warte mal, wer war denn jetzt gerade? Wo kam der gerade her? Nirgendwo, okay. Nirgendwo. Ähm. Da, 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 da. Okay, auf geht's. Ah, Isania. Da müssen wir jetzt gelb, äh, gelb nehmen. Da müssen wir grün nehmen. Ähm. Ja, dieses Team schon cool ist. Aber ich nehme jetzt drei grüne. Ähm. Hier geht mal raus. Aber ich glaube, München behalte ich sogar. Und dann weiß ich noch nicht, der dann da kommt. Äh. Ich. Ich. Äh. Aha. Äh. Äh. Sind da Buffs? Da gehe ich 3-1-1 rein, ne? Warte mal. Ah, ne. Brauche ich nicht um. Obwohl, Brenn, Defensiv-Down. Das ist gefährlich, ja. Wenn sie auslöst und er danach, dann ist, äh, Game Over. Ähm. Nee, nee, nee. Was nehmen wir denn da am besten? Hm. Oder Cage. Na, wer hat den höheren Angriff? Ich glaube Cage. 893 zu... Ja. Obwohl... Nee. Ich nehme sie doch. Ähm. Das passt. Das passt. Das passt nicht. Machen wir höheren Angriff. Auch wenn das jetzt bei so schnellen Sachen vielleicht nicht so ganz relevant ist. Aber mal gucken. So. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Roter Diamant sehe ich, aber der bringt mir ja nix. Ja, Combo, Combo, Combo. Immer weiter, immer weiter. Ja, ja, ja. Immer weiter, immer weiter. Ja, voll. Puh. Ähm. Brennen können wir gleich, äh, blockieren von Asla. Das ist kein Problem. Wobei ich natürlich gerne die Mutter da hinten weghaben würde, ne? Aber. Warte auf den Kuhnchen-Deathdown. So, weil jetzt habe ich nämlich beide Sniper und dann geht die Luzi ab. So. Die ist weg. Ähm. Der Luria habe ich noch keinen Grund. Der Grund kommt jetzt. Ja, das ist okay. Dann hallen wir jetzt mal. Weil jetzt muss ich eh meinen Asla ein bisschen reinspielen, weil ich habe hier nix. Er kann sich da ein bisschen gedulden. Wobei, er löst jetzt eh aus. Dann nehmen wir hier die Lilan unter ihm. Jetzt. Ah, sieh. Ich weiß, die Kaskade ist gut gemeint, aber das war scheiße. Okay. Was soll das da scheiße sein? Nehmen wir jetzt hier. Ja, das ist nicht gut. Schauen wir uns jetzt erstmal hier eben um Quintus. So. Quintus kriegt alles ab. So, wir haben aber Terluria. Das ist gut. Ich kann Terluria jetzt wieder gegenheilen, bis... ...Konchin irgendwie, wann... ...irgendwann dann mal wieder aktiv ist. Asla muss weg. Sehr gut. Ah, jetzt haben wir Zeit, ne? Jetzt haben wir Zeit. Vivica kann da von mir aus machen, was sie will. Sie wieder eh nicht gewinnen. Jetzt warte ich im Endeffekt nur auf den richtigen Moment, um dann, äh, alles loszulegen. So wie jetzt. Fertig. Feierabend. Tschau. So. Oh. Oh. Guck, Mann. Leo, was geht ab? Leo, Leo. Englisch, Deutsch, mir egal. Leo, was geht ab? Ich hoffe, ich trete dir jetzt mal gewaltig in den Arsch. Hasse verdient. Sag ich dir. Hasse verdient. Ähm, ja, das sieht, äh, scheiße aus hier. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Ähm, rot. Ja, nicht. Obwohl, wir könnten wieder Aris und Asla nehmen. Das war gerade ganz cool. Ähm, hier. Und, wo ist er? Ah, bist du. So, jetzt ist die Sache, ähm, blau macht wenig Sinn gegen Telluria. Ich glaube, ich nehme tatsächlich wieder das lila Team. Also, das, was sich gerade bewährt hat. Oh, wobei, wobei. Oh, 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 warte mal. Blau ist vielleicht gar nicht mal so doof, wegen Schneewittchen. Weil wir haben Ursena, Ursena mit dem, ähm, Reflect. Eine Sache. Radmacher, Fehler, Telluria. Alle machen irgendeine Scheiße. Boah, dann ist ja die Sache blau gegen Telluria. Ah, schwierig. Schwierig, schwierig. Nee, nee, das macht, das macht kann ich nicht vereinbaren mit mir. Das kann ich nicht vereinbaren. So, ach nee. Da ist schon jemand noch, diese wunderschöne 13er Truppe da. Äh, ja, das passt soweit. Okay, Leo. Let's go. Ah, ich wette, gegen dich verkacke ich jetzt. Ja, das sieht, äh, gut aus für dich. Ähm. Ah. Mal so. Oh, oh. Oh, oh. Ei, ei, ei. Okay. Ähm. Kuntchen an. Ist ja eigentlich egal. Wir gehen durch die Mitte mit dem Panther und mit Ursena. Hier die Roten geht in Lila über. Da ist. Oh, oh man. Ah, yeah. Äh. Leo, keine Chance gegen die Glücksbrille. Kannst nichts machen. Da kannst du echt nichts gegen machen. So, jetzt haben wir hier Lila. Ach, boah. Auch das noch. Das könnte, könnte reichen. Aber ich glaube ja nicht, oder? Ja, doch. Ja, Leo, tut mir leid. Ne? Machst ja nichts. Du warst zur falschen Zeit am falschen Ort, würde ich sagen. Einen haben wir noch, wir haben noch einen. Rainbow Sprinkles. Den kennen wir auch. The Avengers. Da ist sie. Die Frau der Stunde. Eie. Ich würde mich interessieren, was die für ein Team jetzt drin hat. Eie, das. Eie, ich hasse. Ich hasse ihn. Oder sie. Besser. Ich hasse sie. Und noch mal gut. Okay, ja. Also, Rainbow Sprinkles von den Avengers. Ich hab mir. Ach, da ist er ja. Da ist sie ja. Vor allem, wenn Finley vorher auslässt. Oje. Okay. Das ist eine ganz große Gefahr. Finley, wenn ich irgendeinen Buff habe, dann trifft er ja alle. Also, wenn jeder einen Buff hat. Er mit dem Defensiv Down. Wenn er ausgelöst hat mit seinem Attack Up. Und dann hier. Bin ich weg. Dann bin ich instant tot. Egal. Dann kann ich vorher volles Leben haben oder sonst was. Dann bin ich weg. Und noch Husena. Oh, Mann. Was machen wir denn da jetzt? Also, ich hatte mir überlegt, wenn ich einen Schwarzen Ritter gegenüberstehe. Nehmen ich Seeshat oder Cage Me. Weil die gehen auf 1 und nehmen den Bonus. Das heißt. Gelb können wir nicht nehmen. Können wir jetzt wieder blau nehmen. Können wir auch Risiko gehen mit dem gelben Team. Aber das geht definitiv in die Hose. Deswegen. Was ist denn am besten? Also, ich nehme Lila mit. Ich nehme Kunchen mit. Ich nehme Seeshat und Cage mit. Aber beide mit. Das ist vielleicht jetzt nicht die cleverste Entscheidung. Aber. Was haben wir jetzt hier auf der Seite? Das kann sogar bleiben, glaube ich. Ja. Aje. Glücksbrille. Ohne ein Ding. Ja, geil. Lila unter dem Hasen. Das ist natürlich super. Vielleicht kommt hier was Rotes. Ne. Hier die 4. Ja, dann machen wir die 4 ruhig. So schnell. Wie kann das denn sein, dass es so schnell geladen ist? Also, ich sehe hier ein Match. Ich sehe hier ein Match. Da. Also, hier die gelben rüber. Hier die grünen rüber. Da blau. Aber. Bringt mir ja alles nichts. Ach, verdammt. 1. Ein Steintchen fehlt hier. Ach. Ich kann schon wieder was finden. Ah, je. Ah, komm schon. Ah. Komm schon. Jetzt. Jetzt ist die Frage. Wir müssen eigentlich den Hasen zuerst. Der Hase. Der Hase muss weg. Nur das Problem ist, ich kriege den Hasen nicht weg. Aber der Hase. Ach, der Ritter muss auch weg. Finley muss auch weg. Aje. Komm. Oh. Ah. Ah. Warum? Du dreckiger Hase. Richtig. Ah. Ähm. Was jetzt? Wenn ich die vier hier spiele, dann kriege ich bestimmt kein Match hier mehr unter den Hasen. Und deswegen muss ich das jetzt so machen. Töte den Hasen. Oh. Aber ich hab nichts. Oh. Jo. Sicher. Ah. Black Knight. Und dann. Oh. Das ist. Oh Mann. Oh Mann. Elementarer Link. Alles klar. Alles klar. Das ist genauso gekommen, wie ich es befürchtet habe. Genauso gekommen. Nur ich hab Ursena nicht am Schirm gehabt. Alter Lachs. Einmal richtig, richtig fertig gemacht. Aber Kadabra. Alter Lachs. Diese Kombo. Jetzt mal ohne Witz. 30er Truppen. Weil im Endeffekt, er darf nicht auslösen. Er darf nicht auslösen. Und deswegen hat Ursena gerade so viel Schaden gemacht. Weil er hier noch dieser 45% Angriff ist. Boah, ich glaub, wenn er das nicht im Angriff verkackt, dann ist das mit einer der gefährlichsten Defensiven, die du stellen kannst, ja. Mit den 30er Truppen, mit den hohen Emblemen. Das ist für mich eigentlich das Beste, was du stellen kannst. Ich wüsste nicht, was man da noch besseres stellen sollte. Vielleicht statt Telluria hier so eine Alphrike noch. Oder ein Junan. War dann auch voll. Aber wenn du eine Alphrike stellst, dann wirst du nicht noch Ursena und den Hasen dahin stellen. Mal sich das vielleicht auch mit den Emblemen beißt. Ich weiß gar nicht. Junan ist Kämpfer. Er würde sich hier schon beißen. Alphrike weiß ich gar nicht, was hier ist. Alter Lachs. Ein krasses Ding. Krass, krass, krass. So, was haben wir hier? Nichts Besonderes. Die Mission, die habe ich bestimmt schon gemacht, ja. Ja, Sandimperium ist so gut wie durch. Easy habe ich durch. Am Avatar sieht man schon, dass ich Profi auch durch habe. Ähm, normal bin ich jetzt da. Wollt schon wieder Nisa. Ähm. Habe ich noch ein bisschen was vor mir. Was ich aber im Moment mache ist, äh. Warte, warte, ich komme gleich. Ah. Was ich mache ist das hier. Der Avatar ist ganz cool. Und gleichzeitig kann ich auch den hier machen. Das ist also beides praktisch, äh. Läuft beides parallel. Gucken, was da noch so alles kommt. Gut. Hier habe ich nichts mehr, was ich einlösen kann. Ähm. Alchemielabor, das läuft. Ja, Heldenakademie. Heldenakademie machen wir noch. Oh, jetzt ist meine Nase zu, ne. Ohne Witzes. Einmal eben hier ganz kurz, äh, Winken. Er ja auch. Warte, den habe ich heute noch nicht. Alter. Nein, nicht die Schmiede. Wo läuft er? Da, Alter. Bonjour. Okay. Alles klar. Leute begrüßt. Hier verabschiede ich mich jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, wir sehen uns dann morgen mit dem dritten Tag. Viel Glück. Und, ähm, ja. Bis morgen dann. Macht's gut. Und, äh, wir sehen uns dann.